Max, Wahnsinn! Schlückwunsch zu Silber! Du bist einen wahnsinnig geilen Start rausgefahren. Hat dir das Sicherheit gegeben, dass du das Rennen durchstehst? Ja, was halten wir an einem starken Start? Den habe ich ja schon immer. Und die anderen versuche ich so zu knacken. Und ich habe gar nicht darauf geachtet, wie die anderen sind. Ich bin meine Rennen da von Anfang an durchgefahren. Habe da einmal bei 500 bei den anderen geguckt. Das ist halt gesehen, dass Pimenta auf meiner Höhe ist. Und dann habe ich alles gegeben. Und zweiter Platz bin ich glücklich. Das ist meine erste WM im Einer. Und mehr geht eigentlich nicht. Glückwunsch und wir freuen uns auf den Viera! Vielen Dank! ARD Text im Auftrag von Funk